Warum basische Ernährung? Warum sollte man sich basisch ernähren? Und was heißt basische Ernährung überhaupt? Darauf will ich kurz eingehen. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de und ich will gleich vorausschicken, ich bin nicht der besondere Experte in basischer Ernährung, aber mir wurde die Frage gestellt. Die Theorie dorthinter ist, dass viele Erkrankungen nach dieser Theorie über Übersäuerung des Körpers zustande kommen und man könnte diese Übersäuerung rückgängig machen, indem man sich basisch ernährt. Basische Ernährung heißt dann eine Ernährung ohne Fleisch, ohne Milchprodukte, ohne Zucker- und Weißmehlprodukte und die basenbildenden Ernährung besteht dann aus Gemüse, Salate und Obst und vielleicht noch Vollkornprodukte und manche kaltgepressten Ölen. Das gilt als basenbildend. Wenn man das jetzt nicht genau anhört, dann wird man feststellen, das, was als basenbildend bezeichnen wird, sind letztlich das, was auch von Ernährungswissenschaftler als gesunde Ernährung bezeichnet wird. Es gibt da natürlich noch so ein paar spezielle Sachen wie Basen, Pulver und spezielle Mineralien, die man zu sich nehmen sollte, aber vermutlich der Grund, weshalb basische Ernährung Menschen gut tut, ist, dass eigentlich, was als basisch gilt, eigentlich gesund ist. Isst von, lebe von Gemüse, Salate, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, verzichte auf Fleisch, Fisch, Eier, Milch, Weißmehl und Zucker und dann wirst du gesund sein. Eigentlich brauchst du dir nicht so viele Gedanken zu machen um basische oder säurebildende Ernährung. Insbesondere die Schulmedizin hat da große Probleme mit diesen Konzepten. Besser ist, du argumentierst mit Pflanzen, Hilfsstoffen und du argumentierst über die positiven Wirkungen von Pflanzen und Obst und Salate und Vollkorn und Hülsenfrüchte. Das ist auch von der modernen Wissenschaft akzeptiert. Währenddessen das mit dem Säure-Baser-Geschichte, das ist nicht ganz so eindeutig nach Meinung der Mediziner, Biologen und Ökotrophologen.